Joshua! Führer! Wie oft habe ich euch schon wieder mit dem Wasser probiert? Komm her! Was wollt ihr hier? Hau ab! Es gibt nicht zu holen hier. Lasst uns in Ruhe. Hau ab! Hau ab! Oh! Oh nein! Oh! Oh! Nein! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau! Hau ab! 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 Johan! Johan! Wie geht's dir? Gut. Was macht ihr da? Wir haben Pausen. Ah, wir haben Pausen. Schau, Alina, ich habe da noch etwas für dich. Gell, noch etwas für dich. Und da habe ich da etwas, das du kannst mit dir, mit dir, mit dir teilen. Danke. Gell, einen schönen Tag. Tschüss Sophie. Gell. Guten Tag. Guten Morgen. Einen Kaffee bitte. Doppelter Espresso mit Asukrin und Löffel. Bitte. Arbeiten Sie schon länger? Nein. Ist mein letzter Tag, sorry. Danke. Was haben Sie vorher gearbeitet? Ich habe geputzt. Geputzt? Mhm. Geputzt. Was arbeiten Sie? Ich bin seit zwei Jahren pensioniert. Ja, vorher. Was haben Sie vorher gearbeitet? Da hatte ich eine leitende Position. Hm. Arbeiten Sie nicht in Raiffeisenbank? Dort war ich Bankdirektor. Wie, wie heißen Sie? Herr Schmid. Und wie ist Ihr Werdername? Frau Meier. Meier? Mhm. Sind Sie Schweizerin? Es hatte einen Schweizer Pass. Ja, aber bevor Sie geheiratet haben, welche Nationalität hatten Sie? Es sind Schweizerin. Ich habe einen doppelten Espresso. Ja. Mit Wasser. Und Zuckerin und einen Löffel. Ich komme seit 15 Jahren hier. Ja, ja. Ah, schön. Die sind nicht die Einzige. Ach ja. Ja, ähm. Wissen Sie, jetzt habe ich in Raiffeisenbank gearbeitet. Was haben Sie da gemacht? Da, bitte. Geputzt, geputzt. Geputzt. Ja. Ja. Das ist fertig. Fertig. Es ist speziell, Herrin. Ja, es ist speziell. Ja. Deja. 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 Дjaust. Lohan! Untertitelung des ZDF, 2020